Und seine Fans. Wir hatten das vermitteln letztes Jahr bei Gerry, bei seinem Alpenfestival in Brandt, was seinen Filmemann, er hat uns eingeladen, nach dem uns hier in Kehl kennengelernt hat und spontan gewünscht hat, dass wir mit Schuhe kommen, zu seinem Opel Air, zu seinem Fanfest nach Brandt. Und wir haben ganz viele Freunde kennengelernt. Dazu eine ganz nette Familie aus Herbotsheim, die wir ganz herzlich grüßen. Die Dame macht eine Bündnis, die nämlich schön, dass wir los sind. Und für Sie und für alle Fans und natürlich für unsere Ehregäste vorne, spielen wir nun dem Land Tirol die Treue. Weiter spielen wir zwei Titel von Gerry, den Witzelkönig. Und schenken wir dein Herz heute nach. Danach eine Hommage an Gerry von unserem Komponisten, Arrangeur und Claretisten und Saxophonisten Wolfgang Schaut, der extra für Gerry ein Stück geschrieben hat, ein Solostück für das Saxophon. Und das präsentieren wir Ihnen. Und nun viel Spaß mit dieser Runde an Gerry und euch, seine Fans. Viel Spaß! Applaus 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 Musik 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 Musik